Servus und Herzlich Willkommen hier auf Kanal Russisch Boris, habe ich gekauft neue Tisch, Stuhl und Computer noch nicht und jetzt pass auf, aufpassen was mache ich jetzt zuerst dass ich nicht durcheinander kommen Gott, ist das ein Leiden hier gerade, ehrlich Wer war das? Wer willst denn hier? Taschen ist einfach zu klein die Taschen hier so jetzt Ich sehe das nicht gescheit. Was geht denn jetzt wieder nicht? Ach, der PC war noch da. Aha, hier die schöne monitor, hier auch, ich wollte rechts den schönen PC. Okay. Zdo! Aber noch eine Maus stecken? Nee, komm. Mäuschen, komm. Oh, hier, Gaming-Maus. Da fehlt ein Stuhl. Feine Action. Runterm Tisch liegt noch was. Was ist das? Ach, ne Maus, ne alte Maus. Runterm Tisch liegt noch was, dankeschön. Nee, ist der falsche. Das ist der richtige. Okay. Jawoll. Die Tische schauen vielleicht irgendwie geil aus, gell? Wer ist denn mit dem roten und dem gelb da hinten? Oh, falsch rum. Falsch rum, falsch rum, falsch rum. Die müssen auch noch weg, diese PCs hier. Und dieses billige Mauspad hier. Diese kleine alte Maus. Tastatur. Die hässliche Tastatur. Stuhl. Bam. So, jetzt ist es schön, oder? Könner. Habe ich noch Stecken? Ich habe sogar noch einen Stuhl. Und noch einen Gaming-Tisch, oder was? Ist das ein Gaming-Tisch? Hast der hier noch hin? Hier wollte ich ihn hinmachen, genau. Ja. Ist hier ein Bausimulator, irgendwie. Einrichtungsbausimulator. So. Mal Ali anrufen. Ali, Baba und die 40 Batracken. Komm mal her. Wo sind sie? Monitor. Wie brauche ich denn gute Monitors? Wo ist die? Wo ich denn mal schauen? Hehehe. Eins, zwei. Okay, erstmal zwei. Eins, zwei. Dann die teuersten Mäuschen. Was sind denn die teuersten? Die hier RGB. Eine Maus für 800 Dollar. Alles klar. Welche nehmen wir? Die da oder die da? Gamer X Maus. Gamer Pro Maus. Pro ist schöner, oder? Pro ist schöner. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Monitor habe ich schon gekauft, oder? Habe ich jetzt Monitor gekauft? Nein, jetzt gar nicht. Ja. So, Tastatur. Die teuerste. Gamer X Plus Keyboard. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warme Strümpf. Bessel habe ich. Hehehe, hier. 4.700. Gar nicht so teuer, im Vergleich eigentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und noch Mauspads. Wo waren die denn? Maus, Keyboard, Lampen, Monitor, Maus, Mauspad. Die sind alle gleich teuer, oder? 100, 100, 100. Ich glaube, drei lange habe ich, oder? Eins, zwei. Äh. Eins, zwei, drei, drei. Ich glaube schon. Schauen wir mal. Haben wir jetzt alles? Maus. Huch. Jetzt bin ich voll erschrocken. 20.000. Kein Problem. Ali kommt gleich mit Carmel und bringt neue Ware. Kaffee geschlossen. Kaffee, ach so. Türe, ja. Kuh. Gehen wir hier. Oh. Mach, schmeiß weg. So, dann können wir wieder öffnen. Zack. Könnt ihr wieder reinkommen und zocken. Ja, die Pro, gell? Die ist besser, ja. Mixen? Nee, mixen nicht. Einheitlich. Wir sind Deutsche. Einheitlich, ordentlich. Pünktlich. So, dann kann ich die, wenn die dann alles wegsch... die da... verkaufen dann wieder. Rote Hemd, du darfst hier nicht rein. Jetzt stürmen sie alle zu meinem Laden. Schau, äh, jetzt auch ein Zock. Ach, da ist Ali. Ali, komm gleich. Bin gleich da. So, hier, äh, Verkauf. Verkauf. Kommt noch mehr, warte noch. Dann kriegst du gerade den ganzen alten Schrott. Kriegst du hier. Was hat denn hier? Oh, eine RGB-Maus. Eine VR-Red. Eine Bachelorette, oder was? Na gut. Ja, super. Ja, super. Ui, da liegt aber wieder hier Ware hier. Zack, zack. Was haben wir hier? Head. Head. Oh, nice. Sieht ja richtig gut aus. Ich will auch so eine haben. Die Tastaturen sehen ja mal richtig fresh aus, ey. Gefällt mir ja richtig gut. Labern mich nicht von der Seite an, hier. Schön. Oh, Maus. Was haben wir hier noch? Hier vorne? Ein Bildchen. Ja, ja. Ich brauche ja das Maus-Red gar nicht, wenn ich so einen tollen Ding habe. Jetzt kommt hier die übelste Maschine hin. Die müsste ich ja eigentlich so hinstellen. Ich mache gleich wieder zu, wenn ihr mich zum Schubsen anfangt wieder. Hört der so rum? Oh ja. Hört schon so rum, oder? Hört der andersrum? Ist ja voll schade, wenn der so steht. Irgendwie schon, oder? Jetzt reicht's mal. Ach, der Biss dich, Mann. Du müsstest dich ja dann auf die andere Seite rüberstellen. Damit er das dann sieht, oder? Wie schön der leuchtet. So halt, oder? Beim Streaming, damit die Kamera auf dem PC zeigt. Was mein Ding bringt. Ich weiß ja gar nicht, wo ich gucken soll. Wo ich schauen kann. Und wo schaut man da? Wenn du mir das sagst, dann schaue ich nach. Wenn du mir sagst, wo ich hinschauen muss für das Mining, dann schaue ich nach. Ich habe keine Ahnung, wo man da nachschaut, ehrlich gesagt. Die anders geile Tastatur ist das nicht. Das ist Stuhlstark. Wo ist die Dukudu, die Mausi? Da ist die Mausi, nein? Oh, Mausi, hier. Oh, jetzt haben wir hier ein System stehen. Desktop Mining App, okay. Desktop Mining App. Desktop. Die hier, oder was? Miner. Target. Target. Neue Stelle. Keine Ahnung. Und wo sehe ich jetzt, was es bringt? Ich check's nicht. Check's jetzt? Muss ich irgendwas drücken? Immerhin läuft das Ding. Schau mal woanders, ich weiß es auch gerade nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich auch. Auf alle Fälle läuft's. Äh Mist, jetzt habe ich wieder zugemacht. Hier vielleicht irgendwo, ne? Ich weiß nicht. Hallo, hallo, hallo. Allee, gut drauf. Hallo, mein Rob. Hallo, mein Rob. Ich weiß es echt nicht! Kein Plan! Kein Plan! Kein Plan! Vielleicht weiß wer anders was er machen muss. Nee, hat doch mit Krypto zu tun. Ja natürlich hat es mit Krypto zu tun. Aber wo man halt sieht... Ich weiß nix! Ich nix! Wie ist denn? Warte mal, da kommt doch der PC wieder hin oder? Ich schau noch mal! Ich schau noch mal! Da steht nur Herz und alles und was er macht! Bergbau verifiziert! Der Code! Kaffee! Kaffee! Das ging dir zu schnell! Krypto! Krypto! Hier Krypto! Da kannst du ja nur kaufen! Betrag! Menge! Hier, guck! Kann ich jetzt eingeben, dann kaufe ich die! Aber sonst? Ah! Wo war ich denn? Man kann nur kaufen hier! Krypto! Ah! Alles aufkaufen! Verkaufen! Aber was? Verkaufen die hier? Woher weiß ich denn? Woher weiß ich denn, was ich habe? Ist das meins? Betrag im Besitz! Hier! Das habe ich im Besitz! 0,3! Aha! Jetzt haben wir das ja! Wenn ich hier hingehe... Wie habe ich das gemacht? Aha! Ah! Okay! Hier! Portfolio! Alles verkaufen! Mal schauen! Toll! Wie viel ich es mir jetzt gebracht habe, hätte ich vielleicht vorher unten schauen sollen, wie viel Kohle ich habe! Hm! Ich kann nur Bitcoins, kriege ich! Hast du gesehen? Menge eingeben! Plus! Ne, ich habe alles verkauft, was ich hatte! Hier! Alles verkaufen! Warte mal! Wenn ich jetzt die bisschen verkaufe, was habe ich? 42... 2000 Dollar... Ne, 200 Dollar waren das ja so ungefähr oder so! Weniger hier mehr! Ohne den Schmarrn! Außer ich stelle noch ein paar hin! Nein, nein, nein! Verschiebt's mir nicht wieder! Diese Arschlöcher! Nein, nein, nein! Verschiebt's mir nicht wieder! Ohne den Schmarrn! Ohne den Schmarrn! Na, wo ist sie? Ich habe wieder alles verschoben oder in den anderen Fischstein geschoben. Mann, 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 Mann! Ich muss das machen, wenn ich alleine bin! Die stören mich nur! Oh, geschlossen! Verpisst euch! Nicht! Oh! Du verstehst nicht, was geschlossen heißt, oder? Du Halloacher! Oh, reingesperrt habe ich dich! Du schubst mich jetzt hier noch wer! Du schubst mich jetzt hier noch wer! Kommen die alle her! Was? Was? Ja! Oder noch mehr Minder aufstehen! Nein, gibt es bestimmt mehr. Bis dann weg, ciao, ciao, pvp. Bis zum nächsten Mal. Was ist jetzt hier schon wieder? Was fehlt jetzt hier? Oh, ein bisschen hier stuhlen. Oh, ist das ruhig, wenn die Aufstecher nicht da sind. Echt viel besser. Na, nimm doch. Alter, kaufen wir Mist. Oh, jenige. So, den hier noch. Und die hier. Gleich kann man es, ey. Dann will ich mal in die Diskothek gehen, was da so abgeht. Da war ich noch gar nicht drin. Äh, Keyword. Black Case. Old. Das weg. Das weg. Classic. Weg. Simple Computer Links weg. Oh. So. Lass mal nochmal meinen und dann... Wer klaut denn hier meine Sachen? Glaub ich spinnen. Glaub ich spinnen. Wo hat denn der das weggeklaut? Von oben, oder? Taut sich aus. Wann hat denn der das geklaut? Fehlt denn ein Rechner? Oh, ach, ich schau mir einer an. Das kriege ich hier nicht mehr gestellt, oder? Doch. Ballstrom. Die ist so dreist, glaub mir hier. Und wo fehlt ein Scheu-Ding? Ein Scheu-Stick? Hier. Hier fehlt irgendwie alles. Wieso ist das so schief? Alter, ich gehe gleich wieder krass jetzt dafür langsam. Ich bin ja nur am hinrichten und hinstellen. Warum kann der denn einfach so stehen bleiben, wie es ist? Meiner, meinen Laden nicht mehr auf, wenn die den immer so verwüsten. Ist das richtig rum? Warum sind die denn jetzt alle verkehrt rum? Hä? Ich bin bescheuert? Wieso stehen die denn jetzt alle verkehrt rum? Mann, ehrlich, ey. Ich habe jetzt dann die Schnauze voll hier mit dem. Irgendeiner macht sich hier ein Späßchen mit mir von den Kunden. Komm schon. Geh mir nicht auf den gefühlten... Doch. Ach. Oder ist das irgendein Mitarbeiter, der mich hier ärgern will? Oh, da fehlt ja doch noch so ein Dings. Fehlt noch eins, gell? Wer dreht denn hier die ganzen Rechner um, verdammte Scheiße? Kann ja wohl nicht wahr sein. Weil ich dann noch nicht wusste... Ich sehe jetzt noch Gas, aber... ich habe den� Gran Kaffee, ich habe das noch mal was. Ich kann ja noch nicht mehr choses. Ganz sicher, ich habe ja auch nicht mehr. Ich kann doch einfach bei mir die Gose einfach nicht mehr sagen. Ich kann ja auch nicht mehr doll sein. Ich kann ja auch nicht mehr so die�leutage machen. Ich kann ja auch nicht mehr so ein paar. Und wie das andere da machen? Ich kann ja auch nicht mehr so vorstellen. Ach, ich leg's jetzt einfach so hin, ist mir wurscht. Da geht schon wieder was nicht. Der Stuhl, ist doch da der Stuhl. Nur am rumwergeln, hä, echt. Sag nicht, wer die ganzen Rechner umgedreht hat, ehrlich. Ich hab die sicher nicht falsch hingeschickt. So, lass mal so. Da liegt er. Ja, Ordnung machen hier. Ganz geschlamperten Hund. Ey, mal sauber, gibt's ja gar nicht. Äh, deswegen muss er auch noch weg. Oh, noch weg. Die ganzen alten Sachen. Okay. Ich weiß noch was. Alles weg. Klatsch. Genau. Ich weiß noch was. Ein Poop lag im Waschwecken, ja die sind hier echt richtige Schweine, er war's, er war's, ist ja ekelhaft, hier komm ich hier, ich fliege beide ehrlich, noch eins, was machen die denn, das kann doch nicht sein, wenigstens gespült haben sie diesmal, ist ja egal, ist ja voll der, ein Poop im Waschwecken, verkaufen wir mal die Scheiße, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, scheiße, jetzt sind zwei, huch, grad noch geschafft, ich bin halt der MMA Kämpfer hier, verkauft, 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 so, okay, ich bin echt froh, wenn ich die Kacke fertig hab, zeig ich mir keine Lust mehr, da ist er wieder der Dieb, ich seh ihn, macht schon wieder Auge, verpiss dich, er genauso, da ist der Bomben liegen, so, Alter Schweine, 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 so, weg, 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 noch keine Zeit, wird so laut, der Mist, da lag ein Poop, die geht, die geht, oder hier, ähm, welche Seite, die, Strom? Da oben? Warum krieg ich den hier nicht gestellt? Verarschen, oder was? Hä? Das ging doch jetzt... Gut. Boom! Nächster Tisch, oh, bald hab ich hinter mir, Gott sei Dank. Warum ist hier... Weil der Tisch wieder am anderen draufsteht, oder? Kriegt das richtig? Kann ja nicht wahr sein jetzt, oder? Dann machen wir halt hier weiter, wenn das andere nicht funktioniert. Batsch! Hier brauchen wir auch noch eine Mäuslein. Zack, der geht auch. Der geht schon. Der geht auch. Nur der will nicht. Aha! Jetzt auf einmal geht's. Oh, gleich geschafft, gleich geschafft. Was? Wann ist das so gut zu wenig? Kann doch gar nicht sein, wer hat die gestohlen. Na ja, gut. So. So. Jetzt ist der Stuhl noch. Erstmal ein Ding hier, oder? Maschinen vom Allervereinsten. Okay. Dann... Wir könnten wieder rein spazieren und alles zerstören, was ich aufgebaut habe. Die Penner. Sauber, der Tommy, das ist er. Sauber, der Tommy. Sauber, hab ich jetzt gelesen. Sauber, der Tommy. So. Ja. Dann gehen wir mal in die Disse, oder? Jetzt haben wir hier 200 Dollar Trinkgeld. ... Ja, mein Bouncer. Er pennt wahrscheinlich wieder, oder? Nee, er steht. Was hast denn du eingenommen? 500. Jetzt ist meins. Was? Was ist denn da in der Diskothek? Gar kein Auge. Da ist ja nichts, der Eugen. Der ist zackig. Irgendwo da war die Disse, oder? Die Diskothek. 100. Kein Problem. So, was kann ich hier machen? Erstmal... Was ist mehr für eine? Brecheisen? Oh, wie es hier glänzt. Kein Spiegelbelz. Bunnies. Private Dance. Nee, warte mal. So wie ich... Wie mit dem irren Glick da lasse. Black, Black, Blackjack. Alter, was das? Das ist, wenn ich hier... Oh, ihr geht aber herz. Ich darf von dir lassen, die mir einen Labdance machen. Hallo, ihr zwei. Machen die alle, oder was? Welche sind hier die hübscheste? Die rothaarige, oder? Oh ja, die rothaarige. 300? Okay. Wohin? Ich geh mal hinterher. Oh, ins Hinterzimmer. Mit Happy End, oder wie? Und jetzt? Schwing die Hübschen, Baby! Zum Beenden... Q drücken. Nö, die Sonne... Dreh dich mal! Na, okay. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao! Wir müssen Blackjack schrieben. Ja, wusen! Vielen Dank!